Als wir das Finale erreicht haben, haben wir eine sehr gute Champions League Qualifikation gespielt und sind jetzt hier in diesem ersten Finalspiel. Ich freue mich auf dieses Spiel, auf dieses Finale. Es sind zwei vorragende Mannschaften, die es natürlich auch absolut verdient haben, in diesem Finale zu stehen. Und dementsprechend, wenn man im Finale ist, möchte man natürlich auch gewinnen und wir werden alles tun in diesen zwei Spielen und das möglich wäre und so etwas. Ich hoffe, wir haben hier im Finale. Ich glaube, wir haben zwei eine große Reise für zwei, und wir haben auch eine Chance für Sie. Das Ziel ist, dass wir ein Wurzeln haben. Es bedeutet, dass du immer einen Wurzeln anwesstatt hast. Wir machen es überhaupt alles, wir werden alles machen. Wir werden alles tun, bis wir uns auf die Reise in den Wurzeln, in der sich alle da. Wir haben wir eine Wurzeln in der Karriere und in der Haare gegebenenst du ein, was wir haben uns in der Wurzeln. schaala. Tabar an ixna keleibha wkana de ahli tobara an ixna nubszutin jadda li aichn nwwwgudin hiina woszutin in naha ee. Tamis merae al toali. Ina bil nsebelle ni dhi chaja taibna alfotrha li fateit bishaka li kweis. Ina wosel in naha ee. Oaxn jaharfein in almibaradah saabah. Ina hindina 180 dhia. Ae hindina joth aul hina f tunis w shoth tanii in shahaldaa f masr. In shahaldaa yibak maana aah. Attaufiq bokra Wir haben 3-0 gewonnen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Damals war auch schon eine gute Mannschaft mit dabei. Jetzt sind wir im Finale, das ist natürlich noch eine Kategorie höher. Das Braus hat auch gute Spiele gezeigt. Ich habe 5 Spiele angeschaut und gesehen, dass sie sehr gut spielen können. Und natürlich morgen auch, in diesem Heimspiel, werden sie alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Wir müssen bereit sein, müssen dagegenhalten. Wir wissen aber auch, wie unser Käpt'n das schon gesagt hat, dass es zwei Spiele gibt. Und schlussendlich wollen wir nach diesen zwei Spielen besser darstellen als unser Gegner. Beobachter Wir haben hier ein Zeug von uns Rolls. Wir haben in einer großen Ballistin Nation gebetet. Wir haben hier eine große Rolle, aber wir haben diese große Rolle aus. Ich habe einen Tag in der Zeit, aber ich glaube, dass ich es sehr gut war. Bis zum nächsten Mal, dass die Fahle in der Werbung im Kieler erneut wird, weil sie sich die Fahle erwartet, so dass sie die Fahle zu dem Bauten sind. Ich glaube, dass sie die Fahle bemühten sind. Sie brauchen erstmalige, wie die Kapptenten der Fahle, Kapptenten Schnau sagte. Wir sprechen uns bei den Fahle nicht Mottchen. Wir haben eine Fahle von diesem Bauten, wenn sie die Fahle im Karten werden. Wir müssen uns immer wieder an der Mieter werden, dass sie die 180-Jüchter werden. Wir werden, wir versuchen, alle alles zu machen, um in 180-Jüchter zu machen, in den 180-Jüchter werden. die Ich glaube, wir haben hier eine große Herausforderung. Es sind zwei Spiele. Auf der einen Seite ist Erfahrung wichtig. Es ist wichtig in Auswärtsspielen, es ist wichtig in Finalspielen. Aber schlussendlich sagt das noch nicht darüber aus, dass man das Spiel auch gewinnen kann. Es sind wie gesagt zwei Spiele und es werden zwei intensive Spiele geben. Aber wer dann schlussendlich gewinnt, das steht noch in den Sternen, das wissen wir noch nicht. Wir wollen alles dafür tun. Aber rein nur die Erfahrung wird das Spiel sicher nicht entscheiden. Ich sehe das Leben auf der anderen Seite. es muss nachdenken werden, die nachzrente Fertigsten umzuschine zu haben. Sechbarten in den ersten Halten, die überhaupt ein Problems vor. Aber in der wied Efektiv sind die Kürze auf die Kürze nicht weiterfüllen. Aber in den letzten Jahren, die Kürze nicht versichert, nur in den Graben. Die Kürze sind nur auf der Hand gebrecht. Die Kürze sind die Kürzen davor. Die Kürze sind nur eine sehr Fertigstöne. sensitive sind. Um das System zu sch�ig zu machen, was sie zu einem großen Fallsk solchen wird. unter dem Takt. So habe ich nicht gesehen, dass die Ahle noch ein Ich glaube, es ist das eine große Rolle. Wir haben eine große Herausforderung, die wir in den letzten Jahren haben. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir haben eine große Herausforderung, die wir im Ende des Spiels spielen. Wir haben 180 Minuten, wie wir uns zu sagen, wenn wir die ersten Zeit haben, dann haben wir eine andere Zeit. Die Gummour wird auch ein großes Problem sein. Aber wir haben eine große Herausforderung, die wir in der Mitte des Gummour und in der Mitte des Gummour. in Tunes, in den Felsen, in den Felsen, in den Felsen und den Felsen. Wir haben die Wir haben auch eine der fünf Feinde im Gegensatz zu nehmen. Und wir haben das Ende mit der letzten Saison gewonnen. Wir haben hier einiges, dass wir uns jeden Tag die Rettung zur Verfügung haben. Und wir haben gesagt, wir haben uns auf Jürgen und auf Jürgen und auf Jürgen. Nein, denke ich auch nicht. Also, Champions League-Finale ist wieder etwas ganz anderes. Und Man Esparas ist ja auch vornehmlich dabei. Und der Trainer hat ja auch den ein oder anderen Spielern eine Pause gegeben. Also ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel und man kann es nicht damit vergleichen mit einer Meisterschaft. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Spiel. 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 Ich glaube, das ist ein ganz anderes Spiel.